Filmen bei Lehmann macht mir besonders Spaß. Hier sehen wir noch den Senior-Chef. Er ist leider vor einem halben Jahr gestorben. Er hat hier Regie geführt und die Filme laufen im eigenen Kinotheater von Lehmanns. Lehmanns ist ein tolles Haushaltswarengeschäft, antik und alles, was man sich wünschen kann. Auch ich habe meinen Nostalgieherd damals gefunden vor zwei Jahren, der jetzt in AdWater steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017